Ja mal, totgeboxt! Oh, was? Digga, da musste der Dab sein, alter! Holy fucking shit! Ja, jetzt bin ich gespannt! Alter! Alter! Oh ne, oh ne! Nö, 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 nö! Direkt über mir ist Schneider gelandet! Nö! Die ist laut, die ist laut, die ist laut! Hast du den bloody? Ja, ja, ja! Da gönne ich mir auch den Finisher! Das Problem ist, die anderen haben garantiert Purple Shield dabei! Der kommt gleich in Formel, ja! Fast Shield broke! Der ist Shield broke! Oh, minus 36! Down! Schönes Ding! Ich würde aufs Dach gehen! Ja! Rauf aufs Dach! Keine Achtung! Leiflein, war auf dem Dach, kommst runter! Low, 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 low! Treten, 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 tritt! Mach nen Tritt bitte! Der ist selber! Mhhh... Und der Name ist John Seale! Warte, 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 warte! Komm noch einer hinterher! Ja, er hat mit meinem Gas! Bisschen Damage! Cheer broke, die Alte! Habste, habste, habste! Das war eigentlich alles! Der Grund ist, sie hat die Tür geblockt! So, ich trete! Ja! Und danach hast du aber einen kurzen Cooldown, dass du nicht wieder treten kannst! Wenn ich jetzt trete, stehe ich direkt vor der Tür und kann aber nicht ballern! Minus, äh, 40, 50! Die, äh, Rave! Brave Cheer broke? Ja! Where is she go? Ist dahinter? Jo! Das müsst ihr mir sagen! Ich bin no... Der ist an der Bang irgendwo? Ja, ja! Ich würd grad sagen, die kann nur links stehen irgendwo! Bang no, äh, Rave nock, mein ich! Kein Sheep mehr? Bang ist auch nock! Oh! Noch ne Spitfire unterm Haus! Ein Hit! Zwei hits! Sheep broke! Oh, 80er hat er noch... Oh! Wie man ihn einfach festhalten kann an dem Spot, den man einfach nur aus 1 gedrückt hält! Schön, schön, schön! Moin Milhohn! Also, ich empfinde auch Gefühle für Männer! Steps, 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 Steps! Oh Gott! Es ist 64 auf Bang! Der hat einen Schild auf der Seite nicht! Der hat einen Schild auf der Seite nicht! Sheep broke! Den gib ich slow! Ich gebe ihn nock! Oh! Beide nock! Was? Bei mir noch der letzte? Wieso? Hä? Ich höre ihn näher! Ich seh ihn halt nicht! Der auch nicht! Bist du ja auch unten, Bro? Du bist hoch? Ja, ich weiß! Ich hab's runtergehalten! Achso! Ja, ich hab's gewusst! Es ist halt noch ein Team hinter uns! Scheiße! Ich hab's geahnt, Alter! Okay, okay! Jetzt heißt also die gegen mich, oder was? Guck mal runter hier! Oder du hebst schnell! Okay! Mach ich! Jetzt kannst du... Jetzt, jetzt musst du halt schnell! Ja! Weil die pushen sonst andere Seite rum! Der Korsdick ist hier! Der ist halt für nicht mich, Alter! Ich versuch... Ich versuch direkt runter! Vielleicht hab ich Glück! Boah, boah! Der Korsdick verfolgt dich, Fitte! Der Korsdick verfolgt dich! Ja! Oh, Gottes Willen! Dann fliegt da einer! Ja! Ich klei mir noch im Medcat, dann hebe ich dich sofort auf, Digga! Ja! Kann ich nicht durch? Äh, bleib mal außen! Wenn an der Türe liegen! Ich kann ja nicht durch! Okay! Fett fort! Oh nice, danke! Nicht dafür, Mann! Die versuchen hier zu heben! Oh! Das wollte ich nicht! Sorry! Hab das eine Team weg! Hab nen Bloodhound! Da oben! Shieldbroke! Shieldbroke! Beide Shieldbroke! Beide Shieldbroke! Eigentlich müssen wir pushen! Ich kann bloß nicht! Ich muss mich erstmal healen, Digga! Einer knock! Oh, der eine ist fast down! Der hat nur blau! Nicht auf den gehen! Pushen! Beide down! Okay, nice! Der Path, der hat's golden auf mich geschossen! Was hat er denn schön jetzt? Oh, die können dann locken! Oh, ja! Na oben! Ai, ai, ai! Buster, eine bitte! Wenn wir, wenn wir noch aktive Teammates irgendwo haben und gegnerische, immer auf die gehen! Ja! Nicht, nicht finischen! Außer du brauchst unbedingt nen Shield und du weißt ganz genau, du kriegst von dem nen Purple oder sowas! Shieldbroke! 114! Oh, minus 38! Der Typ ist low! Der Bot ist low! Beide rüber! Der ganz oben hat auch ein paar Hits kassiert! Ich muss den Push leider, kann ich nicht durchziehen! Einer, Shieldbroke! Einer, Shieldbroke! Einer noch! Einer noch! Einer noch! Noll! Oh, der letzte ist nur auf den Gleisen dort! Der letzte ist nur auf den Gleisen! Beide anderen sind gelockt! Nice! Ja, der steht noch auf den Gleisen! Der hat ne Dingens! Ah! Longbow! Ah, der hat das irgendeine Shield für mich! Der hat den, der hat den nächsten Fight! Der hat von mir noch ein paar Hits kassiert auf Shield! Brave Shieldbroke! Oh, die hätte, die hätte jetzt noch gehen können! Der hat Gold! Den muss man zum Beispiel finishen! So, nice! Und einer ist weitergelaufen nach hinten! Hier, da steht er, da steht er, da steht er! Minus 32! Shield is low! Shield is low! Der hat auch keine große Zeit, sich zu heilen! Shieldbroke! Das gibt's nicht! Ah, ich hab keine Muni mehr für die anderen 99, ne? Ah, der läuft ja außerhalb der Zone, ne? Na, der stirbt hier draußen! Oha! Ja, ich geh! Oh, oh! Zu! Der überlebt das Safe, ne? Wie will der das überleben? Der kommt hier gleich wieder rein, schätze ich! Ja! Ah, der hat einen Goldenen! Das ist das Problem! Wo ist der oben? Was ist der oben? Ja! Okay! Ja, der ist der oben! wo ich da gerade raus bin ich habe direkt angefangen zu lasern also ich habe die steps gehört und direkt hoch gelasert man irgendwie übertreibt ihr denn 10 kills 13 kürzlich so zwei aber wegen 1000 schaden ist doch auch was 1000 schaden ist gut das wären fünf kills so langsam werde ich vielleicht auch mal warm mit dem spiel hier beim häusler und eine bang kommt noch ein team einer noch ich gehe gleich noch ja ich hier ist klaus einer ja mag uns unten kommen unter einer brennt einer einer hat der rechte hat blau es hat noch ein zweites team was reingerollt ja der ist gerade bang she broke bang hat noch ein hitties die pflicht was da ist bestimmt die von grad eben meinst du dass sie so schnell sind ja gut das kann sein ja natürlich landet er über mir auf dem jump tower ich versuche zu cover ja trifft die treffe der trifft nix alter mit seiner 99 warte ich mache zip auf die andere seite und dann fahre ich schneller aber ich kann nicht auf die andere seite dann hier ist ein portal da sitzt eine watson oben drauf das sind nicht die die anderen hatten keine truppe die hatten longbow und und die hatten keine g7 die hatten die truppe da bin ich dabei das kann natürlich sein ja ja ich denke schon oder ich denke schon oder team die das sind die das sind die das sind die dahinten das sind die dahinten sie müssen sie erst holen die brave ist nämlich andere seite weg und die zone ja der steht hier heilt sich dahinten sind die antriffen oder eines antriffen moin todi komm klein mit gebot hat hier braucht hat schielt ungefähr 24 gewillt ja nice rief ist unten beim zaun das macht er hat ganz endlich geschossen ich habe wenigstens nicht getroffen aber er hat mir gar nicht geschossen ach sagt bloß hey wenigstens mag da war es das stimmt das stimmt und er kämpft mit der hat mindestens 140 damage sind hier oben drauf ich dachte du willst dir ernst antworten mit mindestens 500 haben das ist doch bitte pushen uns reben in die schild low ist das deine nein 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 das ist von mail 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 ach so ja okay das ist unser unser ja jetzt verstehe ich alter der rev in den hat ganz gut kassiert der boi ja ist nur noch eine also ein squad mindestens zwei jungs sind noch am leben ein heller skin was ich gesehen habe so bangalormäßig ein headshot der hat ein headshot kassiert ich das aus ich bin oben drauf sind die draußen unten komplett obendrauf obendrauf robo hatte gott beide haben gold robo war broke und wenn man Gotham hat den robo er hat keinen tue mehr moin poppy Einen wunderschönen guten Morgen auch an alle anderen Mein Worker, nein, ich spiele die R99 wieder ohne Visier Gerade dadurch, dass vorgestern durch den Patch der Muzzle-Flash fast komplett entfernt wurde Ist sie jetzt viel geiler zu spielen Und der Red Dot bei dieser Optik und bei der anderen Optik Also bei dem Avalanche und so weiter Bei diesen geilen Skins Ist viel kleiner, als wenn du dir einen Red Dot draufpacken würdest Hallo Dogmar Dieses Game ist echt toll Ja, zwei Leute sind da draufgegangen Ich muss hier auf die Seite Zwei hier, einer hier Viertel, du bist im Gebäude mit zwei Leuten drin Achso, ich dachte bei mir ist, seid ihr, aber okay, ist egal Ja, bei mir war auch die Mache Ich versuch, vierter zu gehen, ich hab leider keinen Ja, mach, 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 vierter, vierter Ich hab einen Zwei und neunzig unten, Ultralow Nur lebend Robo-Low Ja, hab ihn Beide Dodge Schönes Ding Easy Bei mir waren noch Gegner, ich komm aber weg, das Autist Ja, ich komm weg, easy Ja, ich komm weg, easy Good Job Ich hab keine Rüstung, ich wollte jetzt nicht halten Neben uns ist auf jeden Fall noch ein Enemy im Gebäude Ich muss noch heilen Oh, was? Ich hab wieder Killsteal gemacht, ey Glaub das nicht Wie er sich freut Wieder Killsteal gemacht Nee, ich hab mich eigentlich ja nicht gefreut Nee, ich will meine Waffe wechseln, ne, und hab immer noch dieselbe in der Hand, Alter Ich war gerade so beim Busel, ich konnte nicht immer mehr richtig ballern, Alter Uff Äh Ah, ist sinnlos Glaubt einer Ich kann halt nicht pushen, ich muss mich erstmal voll heilen Alles gut, der ist weg Okay Ist gut Ist weg Ja, außen sind da mehr Ja, vor dir Direkt vor dir 24 Das ist so low, das ist so low Down Ach der ist tot, nice Ach der ist tot, nice Ja, das, das, das Ich wurde gescannt Ich auch Ich weiß nur nicht woher Von hier, von hier, von hier Von hier Ja Robo hat Purple Zwei hits Da kommt ne Drohne Nein Das ist ein normaler Cargo Ja, ja Sind wir auf dem Dach? Ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Meine Old Flatown Ja Ein Robo ist hinten auf der Straße nach Osten Kann sein, dass die runter gesprungen sind nach Osten Ja 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 Er ist ultra low, der Puffy Die andere Seite Ja Bei mir drauf Ortho ist Bloodhound broke Hier drin Heilt sich gerade Puffy, Puffy, Puffy Puffy What? Ja, gut Job als Ich hab grad soo hart gepätfingert Digga, der PAV. Warum ist er nicht noch gegangen? Warum? Oh. Gute Frage. Der Burstfire. Digga! Wie viel Damage hast du ihm gemacht? Hier ist ne Wäsche. Oh ja. Ah! Deiner. Einer minus 80. Einer noch. Ich komme. Beide noch. Ja. Dann geht der noch raus. One night in Paris. Tschüss. Schöner Name. Ich brauche halt immer noch ein Select Fire. Fire. Ja. Einer noch. Schock. Baida nutzt kein Razor Synapse. Ich habe die aber auch gehört. Wo sind die Fakten? Schock. Schock. Da. Der PAV war one. Schock. Schock. Was? Er will mich. Er will mich echt finishen. Ich finde es halt schade, dass du im Sprung so ne scheiß accuracy hast, man. Uff. Ja am Sprung ist manchmal echt schwierig, alter. Ich finde ich bei der Wingman ist es fast gar nicht so. Aber bei den alten Waffen doch noch mehr. Anmachen. Dankeschön. Es kann auch nicht sein, dass man so lange nach nem Scheiß Select Fire suchen muss man. Den finde ich jetzt dann in den allerletzten Boxen. Wollen wir wetten? Ja. Und da liegt es hier irgendwo random rum. Ja man. Oder am besten kommt aus nem Care Package. Genau. Aber mit nem Interface ist schwer, weil ich kein USB nutzen kann. Warum nicht? Hä? Jeder Rechner hat USB-Anschluss. Ja es kann sein, dass er alle anderen besetzt hat. Aber dann würde ich fragen, warum hast du 5, 6 USB-Slots? Hat glaube ich jeder Rechner Standard besetzt. Oh nein. Der einer Schilbrock. Ich kann ne Zip-Line hochstellen, wenn ihr möchtet. Ja ja ja. Auf, 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 auf. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich muss weiter zurück, ich muss weiter zurück. Es geht schade, ich muss noch weiter zurück. Ja ich muss anders. Lassen wir das. H2 jetzt von mir. Shieldbrock. Down. Ich heile. Nate. Komm rein. Das ist ein zweites Team. Heif. Heif. Heif, Shieldbrock. Minus 72 auf Lifeline. Raif. Hier kommt noch ein Team an. Noch ein Team kommt an. Halt euch, halt euch. Shit, shit, shit. Meine Ulf, meine Ulf. Hallo Mimix, Seras. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Kev. Ich stell ne Zip-Line weg. Fuck it. Einer hat Gold dort, ich muss wieder heilen. Ja. Das war ein guter Disengage, wie wir überlebt haben. Nice. Robo ist Low auf Blau. Einer Shieldbrock. Dahinten ist noch einer Low. Gold ist Low. Gold ist Low da drüben. Ich habe einen Robo. Zwei Sekunden noch. Low bei mir, Low. Gold ist weg. Shieldbrock. Nimm eine, nimm eine, nimm eine, nimm eine. Oh, oh, shit. Shit. Ich werde noch gehen. Ich werde noch gehen. Oder auch nicht. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe Gold auf meinem Body. Der eine Pev ist weg, ne? Der alleine, der hat mich gepusht. Komm rein, komm rein. Grab a Clive weg, grab a Clive weg. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Corsic ist minus 95 auf Shield. Mir geht halt echt die Munition aus. Mir auch, mir auch. Ich bin not. Ich gehe klein not. Ja. Chip, rollt her. Du Dreckstau. Nein, 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 nein. Er kann retzend, 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 retzend. Jetzt sofort, jetzt sofort. Ich habe keine Light Muni mehr, leider. Ne, genau deswegen, genau. Nein, nein, hör auf, hör auf. Ganz bisschen dead, teil dich. Geht irgendwo ein Shield raus. Nein, come on. Der hat auch keine Muni. Egal. Ruf hier. Nice, bitte. Ich flicke jetzt, ich flicke jetzt. Kuppel, kuppel, kuppel. Ich flicke jetzt. 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 Alle tot. Jetzt. Digga, was für ein Fight war das denn? Sit down, Bitches. Oh, Junge. Was war das denn, Digga? Die. Holy fucking shit. Ich hab sechs Skills, man. Wie geht das denn weg? Mir geht gerade so der wie die Pumpe, alter. Heftig. Ey, sie haben, ey. Digga, ich hab sie aber teilweise auf Weckerlasers nicht. Genauso wie du anscheinend, alter. Alter, das ist definitiv was für YouTube, alter. Was ich gerade mit der Iron Sight 99, alter. Wir haben jetzt so krass durchgegriffen, gerade. Extrem. Uff, Digga. Ich hab, ich hab auch, ich hab auch Stand gehalten, ey. Hooo. Mir geht grad echt die Pumpe, alter. Hooo. Ich hab grad Adrenalin, ich spür grad mein Herz, ey. Holy fuck, alter. So, wo ist der, wo ist der Rest? Nur noch ein Squad. Der war grad, keine Ahnung. Es waren grad noch 7 Spots, also jetzt ist nur noch eins da. Hooo. Ja, die sind gerade alle hier reingebäscht, oder? Alle. Da, Lifeline Pack. Schnell, die Ulti, die hätte uns gerettet. Ich kann hier natürlich meine Rücken irgendwo hinplatzieren, Gott, ist das nervig, hey. Close bei mir. 64, 70 auf die Lifeline, Purple. Die sind schlecht wie blöd, die sind schlecht wie blöd. Ja. Die dauernd. Jawoll, totgeboxt. Die sind schlecht wie blöd. Digga, da musste der Dab sein, Alter. Holy fucking shit. Ja, jetzt bin ich gespannt. Alter. Alter. Champions der Arena. Sit down, bitch. Ich habe Stand gehalten, Leute. Geiles Spiel, ey. Richtig. Holy fucking shit. Alter. In dem Moment hätte ich dich hier nicht retten sollen, gell? Das war ultra dumm von mir. Nein, 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 das war okay. Mein Fehler war, ich bin an die Kiste, weil ich unbedingt Munitionen brauchte. Und ich habe nicht gehört, dass hinter uns einer war. Ja, ja. Ja, ich hatte auch null auf meine Ehren. Ich hatte noch 70 oder sowas übrig. Also, ich hätte normalerweise, hätte ich gucken können, müssen, aber es war okay. Ich bin ja direkt auf sie runtergesprungen. Das hat sie nicht überlebt. Ja. Ich wollte halt was sagen, dass sie einfach kauen soll. Ich kann mich selbst retten. Aber was war das für ein Game, Alter? Sit down, bitches, Alter. Die kommen wie die Scheißhaus fliegen und einer nach dem anderen klatsch, klatsch. So Bud Spencer-Style. Links eine, rechts eine, links eine, weggeboxt. Hast du noch ein Problem? Die waren aber auch wirklich alle nirgendswo, ne? Die waren um uns herum, aber alle selber am fighten. Die sind nie uns pushen gekommen. Das war so gut. Digga. Boah. Uff. So, irgendwie hat er...